Hab ich abgenommen? Ne, ich hab jetzt wieder ein bisschen zugenommen. Aber Sie hatten abgenommen? Ich hatte abgenommen, ja. Ich hatte aufgehört, so viel zu trinken. Ja, dann nimmt man ab. Dann nimmt man ab, ja, ja. Wissen Sie, das ist so, wenn ich abends nach Hause komme, das ist immer so spät, und dann sage ich, trinkt man jetzt noch ein Fläschlein Rotwein, und wenn man eine Flasche aufmacht, dann ist es so schade, wenn man sie nicht austrinkt. Richtig. Und dann hab ich irgendwann gesagt, ich musste häufiger mal die Flasche zulassen. Ja, dann nimmt man ab. Dann nimmt man ab, ja, ja. Aber auch an Lebensqualität. Ja, das muss man dann dosieren.